Rache, wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen und ich finde, es wird Zeit, dass die Leute meine schöne Freundin kennenlernen. Was hältst du von einem Abenteuer weiter östlich? Meinst du Queens? Singapur, Collins Hochzeit. Willst du nicht mal... ...Reicher sagen würde? 1,2 Millionen. Was? Du datest Nick Young? Ja, sagt euch dein Name etwa was? Allerdings, das sind die größten Bauunternehmer von Singapur. Verdammt, Rachel, das ist voll der... Für deine Finger. Gelb von außen, weiß von innen. Ich habe mich für die Familie entschieden. Für mich war das ein Privileg. Aber sie werden das vielleicht für altmodisch halten. Wollen sie nicht, dass Nick glücklich ist? Sie sind nicht das, was Nick braucht. Sie wählen mit mir auf Collie. Schlüsst es nicht. Hast du Rachel auf die Wölfe vorbereitet? Ich bewundere dich. Echt mutig, hierher zu kommen und sich Nicks Familie zu stellen. Eins weiß ich jedenfalls. Sie werden niemals gut genug sein. Seit ich denken kann, ist meine Familie alles für mich. Rachel! Rachel! Wenn Nick sich für mich entscheidet, verliert er seine Familie. Und wenn er sich für seine Familie entscheidet... ...wirft er ihnen das vielleicht für den Rest seines Lebens vor. Du bist fies, du bist fieser, du bist am Fiese! Wie ist das so, ganz allein auf dem Meer? Man leidet unter Schlafmangel oder ist seekrank und nach ein paar Tagen hat man Halluzinationen. Und warum machst du das denn? Das ist so ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Da ist nichts außer dir und diesem unendlichen Horizont. Riecht mir. Bon voyage, ihr Tutel-Täubchen! Der Hurricane Richmond hat unerwartet seine Richtung geändert und hat jetzt die Kategorie 5 erreicht. Wir müssen alles auf dem Boot sichern. Richard! Richard! Ich will im blauen Heuhaufen. Kann mich irgendjemand hören? Baby! Hey! Meine Rippen sind gebrochen. Mein Bein ist zertrümmert. Ich bin für dich nur eine Last. Wenn wir nach Hawaii segeln. Das sind 2000 Meilen. Wenn wir es überhaupt schaffen. Halbe Welt gesegelt, um dich zu finden. Ich gebe dich niemals auf. Sag mir, wie ist die Farbe des Horizonts? Echt? Ja! Ja! Denkst du nicht, es ist zurzeit ein bisschen riskant, was über Religion zu machen? Genauso, was brauchen wir jetzt? Du trittst als Imam auf. Das ist ja irre. Die Macht von dieser Kappe. Hör auf zu rauchen, keiner. Ist nicht gut für die Gesundheit. Fick deine Mutter. Ganz genau. 32 Klicks in 15 Tagen. Die Leute wollen uns nicht zusammen sehen. Wir sind mit... Imam Monsef, Pater Benoit, Rabbi Samuel. Vielleicht bauen wir eines Tages nicht nur eine Kirche, sondern eine Kathedrale. Eine Synagoge. Oh mein Gott. Hier geht mir mit euren Religionen auf den Geist. Shalom. Shalom. Bei uns heißt es auf Wiedersehen. Auf nimmerwiedersehen. Du bist in mein Herz gefangen, wie in ein verlassenes Haus. Du hast mich wieder ausgeschnitten aus meiner dicken Haut. Jetzt kommen die fetten Tage. Wo lang, Benji? Einfach geradeaus. Geradeaus. Weiter geradeaus. Jetzt nach rechts. Jetzt? Ja, nach rechts. Ganz sicher? Ja, ich bin... Nein, nach links. Nach links. Sorry, der Bildschirm war verkehrt rum. Worauf wartest du denn noch? Ich springe hier außen im Fenster. Oh, tut mir leid. Viel Glück. Ja. Oh, es kommt näher. Und das Blut wird an ihren Händen kleben. Das ist eine CIA-Mission. Mein Agent kommt mit. Oder es geht gar keiner. Sie nutzen ein Skalpell. Ich bevorzuge den Hammer. Du begreifst nicht, worauf du dich da einlässt. Die CIA wurde infiltriert. Nichts für ungut. Benji, hol den Wagen. Wenn die Uhr stehen bleibt, wird Ethan Hunt jeden verlieren. Showtime. Ich biss und ich kratzte. Mein ganzes Leben über. Kämpfte ich. Und dann eines Tages hörte ich einfach auf. Und ich gewann ihr Vertrauen. Im Dorf bleiben. Es wird alles gut, kleiner Bruder. Als ich dich fand. Vor vielen Jahren. Dachte ich, ich könnte dich lehren, zu uns zu gehören. Aber ich hab... Aber jetzt bist du ein Mensch geworden, Mowgli. Ich bin kein Mensch. Aber ein Wolf bin ich auch nicht. Ich liebe dich. Sag das nochmal, Irm Samo. Ey. Das ist ein abgekatertes Spiel. Du vergisst mich am besten. Papillon, oder? Hast du Geld? Solltest du haben. Oder schaffst du's nicht heraus. Louis Degger. Der Typ ist ein Millionär. Du ziehst eine Menge Blicke auf dich. Ich passe auf, dass dir nichts passiert. Ich brauche nur genug Geld für dich. Der Dschungel, wo ihr im besten Fall nur verhungert. Oder ihr versucht es über das Meer, wo die Haie immer hungrig sind. Deswegen tun wir unser Bestes, euch zu brechen. Papillon! Über ein Dieb. Das einfache Volk blickt zu ihm auf, schöpft Hoffnung. Jemandem wie dir bin ich noch nie begegnet. Du hast dem Tod ins Auge gesehen. Deshalb hab ich dich auserwählt. Seid ihr nicht neugierig? Wer unter der Kapuze steckt? Ihr bewundert ihn. Er hat seine Qualitäten. Ihr seid es nicht. Seid ihr da sicher? Musst du ein Krieger sein? Du wolltest stehlen? Jetzt ist deine Zeit gekommen. Ich gehöre zur Familie der Siam-Katzen. Ich liebe Yoga. Meine Frau hat uns sitzen lassen. Wenn du Bock auf den Double Cheese mit Bacon hast. Man nennt mich den Adler. Ist doch schon so lange nach dir. SM A2M Jeder, man nennt mich den mächtigsten Mann in Japan. Den Teufelskönig. Lord Joker! Wo bin ich? Herrschen und die Geschichte neu schreiben. So ist es. Das Batmobil, der Batwing, das Batcycle. Alle sind sie durch die Hand des Jokers zerstört worden. Wenn das Land im Chaos versinkt, wird der Legende nach ein fremder Ninja mit einer Fledermausmaske kommen und die Ordnung in unserem Land wiederherstellen. Großer Shinobi aus dem Jenseits des Meeres der Zeit. Lord Batman! Will man die Kdimensional aus dem Jenseits des Meeres der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020